Ja moin meine Lieben, ich bin's wieder, Herr Crank. Sorry, dass ich euch so lange warten lassen habe, aber hier habt ihr eine neue Fail-and-Funny-Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch. Falls euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst natürlich einen Kommi da, das würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Abneut. Abneut. Wo ist der Rekord? Ich sehe nicht. Abneut, Schott. Boah, links von uns direkt im Nachbarhaus, Mann. Scheiße, ich sag doch nichts an, ich frag, wo denn? Okay, wo soll ich wissen, dass der im Haus ist? Ja, jetzt hab ich auch einen Hit, Alter. 72 Live-Hatter, ist in der Garage. Schnell, 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 rush ihn, Broby. Nice. Nice, Alter. Ne, hier sind doch welche locker gelandet. Alter, die kommen, die kommen, die kommen. Na, zwei Leute. Also zwei Autos. Einer will uns entfahren. Hab einen. Ich bin tot. Echt? Ja, der links an der Toilette hat mich getötet. Der ist immer noch hinter dem Polizeiauto an der Toilettenhaus. Oh, fuck, da war, das war doch das Auto. Scheiße. Ah, Mist, ey. 20. 20. Oh, danke für die Empfie. Alter, hier ist einer bei mir. Boah, ich bin tot, Alter. Scheiße. Junge, ey. Ich dachte, der ist im Haus. Scheiße. Ich hab richtig geiles Toilette in meinem Haus hier, Klapper. Hier ist keine Waffe, ne? Ey, das ist... Ich hasse das. Deswegen hast du dich dieses Gebiet, ne? Oh, hier ist ein Rucksack. Nice. Boah, ich bin tot. Scheiße. Ich konnte gerade, glaube ich, nicht schießen. Ich muss mal mein Spiel neu starten. Ich bin tot, Alter. Aber scheiße, das kommen wir hier nicht alleine runter, das wisst ihr, ne? Ich hab schon mal ein Auto. Ich hab auch schon ein Auto, ich seh's. Genau, komm hier. Da kommen ein Haufen von Spielern runter. Dann kommen wir das Auto einfach weg. Ich hab ein Auto. Ja, fahr. Fahr, fahr, Junge. Na, die anderen müssen noch mit. Ja, wir sind zu dritt im Dings. Schnell fahr, fahr, Digga, fahr. Oh. Digga, fahr. Nein, ich bin tot, Mann. Oh. Aua, Aua. 3,20 HP. Fahr weg, ich muss planagieren. Wie viel hast du ihm abgezogen? Nicht viel. Ich hab ihn, obwohl ich ihn in die Fresse geschossen habe. Ich seh ihn. Der, der kommt jetzt Richtung zu dir. Ich hab jetzt keine Sicht mehr. Oh, Alter, ey. Das ist doch voll in sein Gesicht, ey. Wie hast du ihn abgezogen? Nichts. Ja, so warst du mir auch. Ich hab ihm gerechnet ins Gesicht gezogen. Aber war nicht. Ich hab den HP nicht gezogen. Ey, der hat mich, Alter. Wie kann das sein? Was passiert? Ja, der bringt sich um. Mua. Wie kann das sein? ? Wie kann das sein? Ja. Oder? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen Und wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da Lasst mir einen Kommentar und falls ihr neu seid auf dem Kanal Lasst mir natürlich auch ein Abo da Das würde mich sehr freuen Und heute Abend ist ein kleiner Livestream um 20 Uhr Ich weiß noch nicht, was ich zocken werde Aber ihr seid herzlich eingeladen Bis dann Bis dann